Hi! In dieser Session beschäftigen wir uns mit den grundlegenden Navigations-, Zoom- und Auswahltechniken in Cubase sowie mit dem Transportfeld. Navigieren Zum Navigieren im Projektfenster stehen in Cubase die üblichen Methoden zur Verfügung. Genau wie in allen anderen Programmen. Zusätzlich gibt es die Übersichtsanzeige. Hier hat man eine Miniaturdarstellung des gesamten Projektes. Das Viereck steht immer für den Bildschirmausschnitt. Im oberen Bereich der Anzeige kann man einfach mit der Maus ein Viereck aufziehen und damit bestimmen, was angezeigt werden soll. Im unteren Bereich kann man das Viereck anfassen und verschieben. Zoomen Auch zum Zoomen stehen die Standardverfahren zur Verfügung. Man hat hier auch kleine Menüs aus denen man Zoomstufen auswählen kann. Man kann hier über die Befehle hinzufügen und verwalten auch selbst Zoom-Presets hinzufügen und die Liste der Zoom-Presets konfigurieren. Mit diesem Regler zoomt man die Audiowellenform. Einzelne Spuren kann man vergrößern, indem man sie hier anfasst und zieht. Man kann auch in das Zeitlineal klicken und nach oben und nach unten ziehen, um die horizontale Zoomstufe zu verändern. Außerdem findet man in den Tastaturbefehlen zahlreiche Shortcuts für verschiedenste Zoom-Befehle. Die Standard-Shortcuts für den horizontalen Zoom sind die Tasten G und H. Für den vertikalen Zoom einer einzelnen Spur Altpfeil nach oben und Altpfeil nach unten. Interessant sind auch die Funktionen Zoom-Meme und Zoom-Zap. Mit Zoom-Meme kann man eine bestimmte Zoomstufe temporär abspeichern und mit Zoom-Zap kann man dann immer zwischen der aktuellen und der abgespeicherten Zoomstufe wechseln. Über diesen Schalter kann man das Projektfenster zweiteilen. Man kann beliebige Spuren einfach in den oberen oder in den unteren Abschnitt des Projektfensters ziehen. Man kann für beide Abschnitte unabhängige vertikale Zoom-Einstellungen vornehmen. So kann man z.B. Markerspuren, Tempospuren oder Zeitlinealspuren im oberen Abschnitt mit einem sehr kleinen Zoom-Faktor haben und im unteren Abschnitt Audio- und MIDI-Spuren in einer größeren Darstellung. Über diesen Knopf hebt man die Zweiteilung des Projektfensters wieder auf. Auswahl von Objekten Um Objekte im Projektfenster auszuwählen, stehen zwei Werkzeuge zur Verfügung. Der Pfeil dient zur objektbezogenen Auswahl. Dieses Tool, das sogenannte Auswahlbereich-Werkzeug, dient dazu, zeitbezogene Auswahlen zu machen. Wenn man mit diesem Tool ein Objekt doppelklickt, so wird ein Zeitbereich ausgewählt, der der Objektlänge entspricht. Ausgewählte Zeitbereiche kann man auch numerisch über die Infozeile verändern. Die Einheiten richten sich danach, welche Einheit man für die Hauptzeitleiste eingestellt hat. Transportfunktionen Für den Transport stehen die üblichen Shortcuts zur Verfügung. Mit Space startet und stoppt man die Wiedergabe. Man kann sie aber auch am numerischen Ziffernblock mit Enter starten und mit Null stoppen. Die Sterntaste am numerischen Ziffernblock ist die Rekordtaste. Auch die anderen Tasten des numerischen Ziffernblocks sind standardmäßig mit Transportfunktionen belegt. Mit 1 und 2 springt man zum linken und zum rechten Locator des Cycle-Bereichs. Mit den Ziffern 3 bis 9 kann man die Marker 3 bis 9 anfahren. Wir haben jetzt aber keine Marker gesetzt und darum geht das nicht. Mit Plus und Minus kann man spulen. Die Wiedergabe kann auch durch einen Doppelklick in das Zeitlineal gestartet werden. Das Transportfeld Schauen wir uns nun noch das Transportfeld an. Man öffnet es über das Menü Transport, Transportfeld oder mit der Taste F2. Klickt man es mit der rechten Maustaste an, so kann man festlegen, welche Bereiche im Transportfeld angezeigt werden sollen. Wenn man hier unten einen Eintrag wählt, so wird nur dieser Bereich dargestellt. Ich lasse nun alle Bereiche anzeigen, damit wir sie besprechen können. Ganz links haben wir das virtuelle Keyboard. Ist das virtuelle Keyboard eingeblendet, so kann man die Computertastatur als MIDI-Keyboard verwenden. Man kann das virtuelle Keyboard mit Alt-K ein- und ausblenden. Achtung, wenn das virtuelle Keyboard eingeblendet ist, funktionieren viele Shortcuts nicht mehr, da die Tasten zum Spielen von Noten verwendet werden. Man kann über diesen Knopf oder mit der Tab-Taste zwischen zwei Ansichten wählen. In der einen Ansicht sieht man, welcher Buchstabe für welche Taste steht. In der anderen sieht man dafür mehr Oktaven. Hier unten kann man die Oktavlage einstellen. Diese Regler sind virtuelle Pitch-Band-Regler und Modulation-Regler. Wenn man eine Taste des Keyboards mit der Maus betätigt, so kann man ein Pitch-Band machen, indem man die Maustaste hält und dann nach links oder rechts zieht. Eine Modulation bewirkt man, indem man nach oben oder unten zieht. Ich blende das virtuelle Keyboard nur mit Alt-K aus. Als nächstes haben wir die Systemauslastung. Hier wird angezeigt, wie stark der Prozessor und die Festplatte ausgelastet sind. Man bekommt dieselbe Anzeige in groß über das Menü Geräte VST-Performance. In diesem Bereich legt man den Aufnahmemodus für Aufnahmen im Cycle-Modus fest. Damit werden wir uns später noch beschäftigen. Hier haben wir einen Bereich für die Locator-Punkte. Die Locator-Punkte definieren den sogenannten Cycle-Bereich. Der Cycle-Bereich wird im Takt-Lineal angezeigt und kann verwendet werden, um einen Bereich gelooped wiederzugeben. Man kann die Position der Locator-Punkte durch Ziehen in der oberen Hälfte des Zeitlineals bestimmen. Oder man hält die Alt-Taste und klickt, um den linken Locator zu setzen und klickt mit gehaltener Command-Taste, um den rechten Locator zu setzen. Der Cycle-Bereich in Cubase ist immer sichtbar. Er wird aber nur abgespielt, wenn die Cycle-Taste im Transportfeld aktiviert wurde. Sitzt der linke Locator hierbei rechts vom rechten Locator, wird der Bereich nicht geloopt, sondern übersprungen. Hier im Transportfeld kann man die Position der beiden Locator numerisch eingeben. Klickt man auf die Links- oder Rechtsschaltfläche, so wird der Positionszeiger an die linke bzw. rechte Locator-Position bewegt. Das gleiche passiert auch, wenn man die Tasten 1 und 2 am numerischen Ziffernblock betätigt. Diese beiden Schaltflächen machen die Locator zum Punch-In bzw. Punch-Out-Punkt für eine Aufnahme. Man schaltet hierfür einfach eine Spur scharf. Dann stellt man den Cycle auf den Bereich ein, in dem man aufnehmen möchte und positioniert den Positionszeiger. Und dann drückt man einfach Play. Es wird vom Play-Modus automatisch in die Aufnahme gewechselt. Ich deaktiviere in unserem Fall noch vorher die Cycle-Wiedergabe, damit wir nicht im Loop aufnehmen. Hier kann man noch eine Pre-Roll und Post-Roll-Zeit aktivieren. Den Wert für die Pre-Roll und Post-Roll-Zeiten gibt man hier ein. Hier haben wir das Jog- und Scrub-Wheel. Das äußere Rad ist ein Scrub-Rad. Das bedeutet, man bewegt es zum Beispiel einmal nach rechts und es erfolgt eine schnelle Wiedergabe vorwärts. Nach links wird das Projektrückplatz abgespielt. Je nachdem, wie weit man auslenkt, desto schneller ist die Abspielgeschwindigkeit. Das innere Wheel ist das Jog-Wheel. Dieses Rad muss man wirklich ständig drehen, damit eine Wiedergabe stattfindet. Mit der Maus ist das vielleicht etwas unpraktisch, aber es gibt externe Controller, über die man solche Funktionen steuern kann. Mit den Plus- und Minus-Buttons geht man jeweils einen kleinen Schritt vor oder zurück. Hier über den eigentlichen Transportfeldern hat man den Main-Counter und den Sub-Counter. Man kann jeweils eine Zeiteinheit für die beiden Counter wählen. Die Einheit am Main-Counter ist auch gleichzeitig die Einheit des Hauptzeit-Lineals. Außerdem ist diese Einstellung identisch mit der Einstellung Anzeigeformat in den Projekteinstellungen. Mit dieser Schaltfläche vertauscht man die Einheiten. Mit den Plus- und Minus-Tasten kann man den Positionszeiger verschieben. Genauso mit dieser grünen Linie. Man kann die gewünschte Position des Positionszeigers natürlich auch numerisch eingeben. Hier haben wir die normalen Transportfunktionen. Diese sollten keiner großen Erklärung bedürfen. Dieser Bereich hängt mit der Arrangierspur zusammen. Darüber werden wir später mehr hören. Hier schaltet man den Klick ein und aus. Mit dieser Schaltfläche den Vorzähler. Im Menü unter Transport – Metronomeinstellungen kann man noch weitere Einstellungen zum Metronom machen. Zum Beispiel, ob das Metronom bei der Aufnahme und oder bei der Wiedergabe klicken soll, wenn der Klick im Transportfeld eingeschaltet ist. Wie lange der Vorzähler sein soll und vieles mehr. Man kann einen MIDI-Klick einstellen, der in Form von MIDI-Noten an ein externes Gerät oder ein Softwareinstrument geschickt wird. Und es gibt einen Audio-Klick. Stellt man ihn auf Beep, so wird ein vorgefertigter Beep-Sound verwendet. Man kann dann hier die Lautstärke und Tonhöhe des Biebs einstellen. Hier für die betonten Zählzeiten und hier für die unbetonten. Wenn man einen besonderen Sound als Klick haben möchte, kann man aber auch auf Sounds umstellen und dann je ein Sample für die betonten und unbetonten Zählzeiten wählen. Okay, soviel zu den Metronomeinstellungen. Hier schaltet man das Metronom wie gesagt ein und aus. Und hier kann man den Vorzähler aktivieren oder deaktivieren. Hier kann man genau wie in Pro Tools umstellen, ob der Song der Tempospur folgt oder ob er sich nach einem fixen Tempo richtet. Mit dem Sync-Schalter kann man Cubase zu einem externen Gerät synchronisieren. Darüber hören wir später mehr. Hier kann man über die einzelnen Zahlen verschiedene Marker anfahren. Über Show ruft man das Markerfenster auf. Wir werden über Marker später noch mehr erfahren. Über diese Anzeige sieht man die MIDI-Aktivitäten. Das linke Meter zeigt MIDI-Eingangssignale, das rechte MIDI-Ausgangssignale. Diese zeigen den Audio-Ein- und Ausgang an. Und mit diesem Regler stellt man die Abhör-Lautstärke ein. Im Transportmenü findet man auch verschiedene Transportbefehle. Viele haben wir ohnehin gerade besprochen. Die anderen dürften sich alle von selbst erklären. Man hat Wiedergabefunktionen, die sich nach der Auswahl, nach Markern oder nach Hitpoints richten. Was Hitpoints sind, werden wir noch lernen. Ebenfalls lernen wir in einem späteren Themenblock die Synchronisationseinstellungen kennen. Bei der rückwirkenden Aufnahme werden die im Play- oder Stop-Modus zuletzt gespielten MIDI-Noten quasi nachträglich aufgenommen, also als Part auf die ausgewählte Spur gelegt. Lies dir die Liste der Befehle am besten einmal durch. Man kann für alle Transportbefehle Tastaturkommandos vergeben. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Navigieren und Zoomen funktioniert in Cubase gleich wie in den anderen Programmen. Zum objektbezogenen Auswählen verwendet man in Cubase das Pfeilwerkzeug und zum zeitbezogenen Auswählen dieses Rechteck. Auch die Transportfunktionen und das Transportfeld unterscheiden sich nicht großartig von den anderen Programmen. Erwähnenswert ist vielleicht das virtuelle Keyboard, das sich mit Alt-K ein- und ausblenden lässt. Hier kann man Punch-In und Punch-Out sowie Pre-Roll und Post-Roll aktivieren und deaktivieren. Hier kann man eine Zeiteinheit für den Main-Counter und den Sub-Counter einstellen. Einige Bereiche des Transportfeldes werden wir auch noch in anderen Sessions ansprechen. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert. Musik Musik